Ich meine, du bist ein alter Hase in dem Business. Ja, du auch, Paul. Ja, aber du musst mich mal ausreden lassen. Ich bin auch ein alter Hase, klar. Aber deine Begründung, warum du mich raus wirst. Ich meine, du weißt es am eigenen Leibe. Wenn jemand sagen würde, Sarah würde es am besten verkraften, als Erster aus so einer Show zu fliegen, das ist völliger Bullshit. Ja, aber ich kenne dich ja nicht, Paul. Ich kenne dich nicht, oder kennst du mich persönlich? Wir kennen uns ja gar nicht. Aber was hat denn das damit zu tun, dass wir uns kennen? Du fängst immer von anderen Themen an, die gar nicht dazu passen. Ich habe dich so eingeschätzt, das ist ja meine Meinung. Du hast es hier manchmal so aussehen lassen, als ob wir wirklich, dass ich hier einen Freund hintergangen habe. Du bist kein Freund von mir. Das ist eine krasse Tatsache, wenn Sarah es sogar schafft, diesen ruhigen, besonnenen Paul aus der Reserve zu locken, laut werden zu lassen, dass da aber irgendwas nicht richtig läuft.